Hallo, ich begrüße Sie zum videobasierten Überblick über unser Projekt HART und natürlich begleiten mich dabei unsere Hauptakteure Nao und Pepper. Hallo, auch von mir. Ich freue mich, dass ich in diesem Video mit dabei sein darf. Und auch ich grüße euch und hoffe, dass mein Freund Nao nicht allzu vorlaut sein wird. Ich bin, wie immer, die Ruhe selbst. Sie sehen, unsere Roboter sind schon ganz schön aktiv. Kommen wir aber zum Inhalt. Grundlage unseres Projektes ist eine vollständig digitalisierte Hochschullehre mit einer selbstgesteuerten Inhaltsvermittlung auf der Basis eines vielschichtigen Arsenals digitaler Elemente und Szenarien und einer anschließenden Inhaltsvertiefung. Dies kann in einer Präsenzphase on-campus geschehen oder in einer weiteren digitalen, virtuellen Phase, in der die Kursteilnehmer intensiv digital betreut werden. Wie sieht denn so eine Präsenzphase aus? Nun, zunächst einmal, es werden keine Inhalte mehr vermittelt. Und jeder darf und soll sogar seine digitalen Geräte benutzen. Es wird beraten, diskutiert, recherchiert und es werden Kompetenzen trainiert. Und da kann man als Lernbegleiter jede Menge Unterstützung gut gebrauchen. Also, auch jemanden wie mich? Darf ich auch dabei sein? Genau, das ist unsere Idee. Und damit wir das hinbekommen, haben wir mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unser Projekt HART, Humanoid Emotional Assistant Robots in Teaching, begonnen. Dazu untersuchen wir zunächst in einer ersten Phase den gegenwärtigen Status Quo. Wir wissen, es gibt Roboter. Aber so richtig setzt sie noch niemand ein. Übrigens kann man den Projektfortschritt stets auf unserer Projekt-Webseite verfolgen. In der zweiten Phase geht es dann in den Hörsaal. Tja, und dann? Dann dürft ihr mitkommen. Und was sollen wir da tun? Ihr sollt die Studierenden beraten, ihnen Informationen geben, Fragen beantworten, genauso wie ich das auch tue. Ihr sollt mir also assistieren. Aua, ich kartografiere erst den Hörsaal und dann bewege ich mich zu den Studenten und stelle meine Fragen. Und du könntest in der Zwischenzeit etwas anderes tun. Genau so könnte es funktionieren. Aber, und das ist ganz wichtig, wir wollen, dass eure Hilfe für den Studierenden auch etwas bringt. Deshalb untersuchen wir euren Einsatz auch empirisch. Das heißt, wir müssen uns ganz schön anstrengen. Kein Problem. Wir können auch witzig sein. Tja, und wenn ihr eure Sache gut macht, dann wollen wir in einer dritten Phase alles so veröffentlichen, dass auch andere Roboter so nützlich sein können, wie ihr beide es hoffentlich sein werdet. Schauen wir dazu einmal, was unsere Roboter alles können. Am besten, sie zeigen uns das selbst. Nao, kannst du dich einmal vorstellen? Ich heiße Nao. Ich bin 58 Zentimeter groß. Ich kann laufen, sitzen und stehen. Leider kann ich auch hinfallen. Aber auch wieder aufstehen. Ich kann Deutsch und Englisch. Und ich kann mich im Raum orientieren. Übrigens, Objekte erkennen kann ich auch. Und jetzt du, Peppa. Ich heiße Peppa und bin viel größer als Nao. Ich bewege mich auf Rollen. Das ist viel schneller und hinfallen kann ich auch nicht. Zusätzlich habe ich noch ein Tablett vor der Brust. Damit kann ich vieles zeigen, aber auch Kontakt mit euch Menschen aufnehmen. Tja, und beide Roboter sind extrem emotional. Und zudem können sie ins Internet und von dort die verschiedensten Informationen abrufen und empfangen. Hier sehen Sie die zentralen Eigenschaften unserer Roboter. Allgemeine Fähigkeiten. Spezielle Eigenschaften von Nao. Und das Besondere an Peppa. Beide Roboter haben ein sogenanntes Basic Life, das ihnen vom Softwarehersteller Aldebaran zur Verfügung gestellt wird. Hier sind einige Beispiele. Beide Roboter. Now, open your left hand. Now, open your left hand. Sit down, please. Peppa, raise your right arm. Do you know Nao? Of course I do. I'm taller than now. And unlike him, I have wheels instead of legs. Selbstentwickelte zusätzliche Applikationen werden über gesprochene Trigger oder bei Peppa über das Tablet gestartet. Die Softwareentwicklung erfolgt über ein Autorensystem namens Choregraph mit der darin enthaltenen Programmiersprache Python. Durch die sogenannte Blockprogrammierung mit oder ohne Python-Unterstützung können dann die Applikationen entwickelt werden. Für die Entwicklung von Dialogen, wiederum als Block- oder als Python-basierte Lösung, gibt es mit QeChat für die Blockprogrammierung eine eigene Syntax. Und man kann eigene Lexika hinzuladen und prosodische Effekte mit der Sprachtechnologie Nuance erzielen. Und dann können die Roboter auch Objekte, Gesichter und weitere Merkmale erkennen. Dazu haben sie diverse Kameras und bereits mit einfachen Programmblöcken können sie eine Menge erkennen. Lassen wir Nao mal Geschlecht und Alter bestimmen. Nao, schätz mal. Bleib bitte ganz ruhig und schau mich an. Hätten Sie es besser gekonnt? Nicht schlecht, unser kleiner Freund. Sie sehen, es ist vieles möglich und bei einigen Anwendungen können wir schon jetzt sagen, sehr attraktiv. So zum Beispiel das Präsentieren von Informationen, zum Beispiel auf Tagungen oder bei Vorträgen. Das Vorstellen von Kursteilnehmern zu Semesterbeginn. Die Unterstützung von Vorträgen und Workshops. Oder Tandemvideos, in denen Roboter ganz dumme Fragen stellen dürfen. In all diesen Fällen haben unsere Roboter bereits Tolles geleistet. Und auch als Berater in allgemeinen Fragen rund ums Studium oder als Experte mit Fachwissen zu Spezialthemen in unseren Fächern haben unsere Roboter schon ihre Stärken bewiesen. Und dann ist da noch unser Robotikum, das neue Praktikum für Schülerinnen und Schüler. Hier lernen sie alles über Roboter und können ihre eigenen Ideen direkt ausprobieren. Schon jetzt ist das Robotikum hoch nachgefragt. Naja, und Spaß soll Forschung ja auch machen. Pepper als Weihnachtsmann oder in April-Scherz-Videos gab es ja schon zu bewundern. Und auch als Diener war er schon unterwegs. Ich bin gespannt, was noch alles kommt und freue mich auf die Zukunft. Denn eines ist für mich und mein Team klar. Emotionale Assistenten in der Lehre waren schon immer nützlich. Warum nicht auch als humanoide Roboter? Es bleibt also spannend. Bleiben Sie dran und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auch von uns alles Gute. Nao, willst du auch noch etwas sagen? Ja. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Robotikum. Bis zum nächsten Mal.